hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retro panda quätsig es ist wieder zeit ich schaue mir ein gameboy color spiel an und zwar the mask of sorrow oder zoro zoro wird im englischen ausgesprochen frage ich mich gerade also bei uns natürlich zoro mit einem scharfen set wie es die engländer beziehungsweise amerikaner aussprechen keine ahnung wahrscheinlich ähnlich aber gut genug davon geredet es soll ein legendär schlechtes spiel für die konsole sein und wie natürlich auch der aufruf an euch wenn ihr irgendein schlechtes spiel hat egal ob für ein 8 oder für ein 16 bit system ab in die kommentare damit ich mache alles auf eine lange 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 liste und versuche das immer so etwas nach lust und laune abzuarbeiten und wenn ihr mich um einen kanal unterstützen mögt dann habe ich euch was feines unten in der beschreibung und zwar einen sogenannten viel jetzt link zu retro place der retro place noch nicht kennt es ist ein super seite um seine sammlung zu 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 sortieren und zu managen und haben auch einen super marktplatz wo ihr spiele kaufen und auch gut verkaufen könnt verkaufen ist auf jeweils günstiger von den gebühren her als jetzt ebay ist ein wunderbares system stelle ich auch bei der gelegenheit auch euch mal genauer vor und wenn ihr meinen affiliate link und in der beschreibung nutzt und da was kauft den krieg eine kleine provision ihr zahlt nicht mehr würde mich natürlich freuen wenn ihr damit mal auf die seite gehen würde und euch da vielleicht umschaut vielleicht findet ihr was und wie gesagt und wenn ja den link dazu benutzt freut es mich umso mehr aber genug der langen vorrede und eigenwerbung will ich mal fast nennen schauen wir mal rein was uns das spiel bieten kann ich nehme an es wird auf basis des kinofilms sein die ich jetzt ehrlich sagt nicht so wirklich präsent habe okay ich würde sagen grafik geht warum jetzt der lebensbalken ständig eingeblendet wird ich nehme mal an weil hier ja so allgemein verzichtet wird irgendein klassisches menü und sowas typischen anzeigen die bleiben hier halt eher weg also wir können springen und wir können fechten okay ich sehe schon fechten ist etwas schwieriger und zwar drücke ich hier den fechten knopf und drücken zum beispiel nach links um einen schlag zu machen das heißt ich muss erst quasi in kampfposition gehen einen schelm wer dabei sich denkt dass das eventuell nach hinten folgen könnte also ich kann ja so kann nach unten parieren nehme ich mal an darum auch parieren okay und okay scheint jetzt nicht sehr tief zu sein also ich kann parieren und entsprechend ich bin mal gespannt wie sich die kämpfe steuern okay so habe ich es gerade einmal getroffen und die waren tot ich dachte mal die auch so großen lebensbalken hatten dass das immer länger dauert warum haben wir die gegner ein so großen lebensbalken ich über den kopf sind aber nach einem treffer tot kurios okay also muss ich anscheinend wahrscheinlich hier oben weiter irgendwie dank mal gucken kommt er überhaupt wieder hoch nee kann ich hier die häuser rein ich kann die häuser rein und dann komme ich um raus macht sinn ich höpfe hier mal vom balkon zu balkon ist nicht einfach zu erkennen wo ich landen kann und wo nicht aber ich kann es mir so seht ihr dass ich komme hier nicht weiter also ich hätte gedacht das wäre jetzt wie hintergrund ok ok markisen dienen als links als trampolin wollte ich sagen es ist so comic artig warum kann es nicht einfach ein gegner hinter etwas schwerer zu besiegen ist nein es müssen drei seien die aber genauso schnell irgendwie und klatschen ok wir führen unsere energie auf indem wir damen küssen warum auch nicht gibt es vielleicht eine schlechtere möglichkeit ok also da wo so ein bisschen gekrisseln ist komme ich hoch also level aufbau ist kann man als positiv sehen der golden ist der hält bestimmt mehr aus dir also ist der reingegangen also neben spiken ist noch da sie das auch ok der gesagt nein shit i'm out kein bock gegen zoro zu kämpfen ok die animation ist süß der tut mir fast leid aber ist auch so klischeehaft ne haha der dicke verliert natürlich seine hose also wie klischeehaft ist das denn also ich weiß nicht also ich fühle so ein bisschen die haben sich ein kampfsystem überlegt was cool ist aber die gegner zu bekämpfen ich schätze mal die boss gegner wenn etwas anders sagen ist trotzdem sehr flach die hätten da wirklich aus dem system da mehr rausholen können und das level design mit mit diesen hoch und gucken wo man weiter geht finde ich persönlich eher nervig ok das war das ende des levels ok ok es nehmen an folgt so pi mal daumen das story des filmes also so komplett scheiße finde ich es nicht also wie gesagt ist hat meiner meinung nach potenzial aber die haben sorry aber ich bin gerade hier so sprachlos die haben als gegner ist gerade die übungspuppe ich habe jedoch hier gerade richtig krass welche hier erledigt und alles und jetzt werde ich von der übungspuppe aufgehalten das macht nicht so wirklich sinn würde ich sagen wenn ich jetzt gibt es sowas wie eine karte ich drück mal select natürlich keine übersichtskarte doch so ein ding kann ich darüber springen natürlich nicht da kann ich es einfach nicht weiter ich kann wenn ich eine unwache einen flip machen ich kann wenn ich eine unwache einen flip machen verwirrend also musik und technik finde ich vollkommen in ordnung ehrlich gesagt also warum das jetzt ganz so einen schlechten ruf hat zumindest von den bewertungen her verstehe ich nicht so ganz also ich habe mal wieder auf game faq geguckt da muss ja irgendwie rüber kommen also irgendwie bin ich gerade so doof oder muss ich hier diesen gelben punkt in der richtigen minute treffen okay ich bin gerade echt so doof wer ledigt das denn hier ich komme hier nicht weiter weil ne hier geht es nicht weiter ich komme nicht wieder hoch und hier komme ich ja auch nicht vorbei weil warum sollte man auch rüber springen können ne oder muss ich das hier unten parieren ich bin gerade los also wo ich aber hinaus wollte technik scheint okay zu sein das kampfsystem hat potenzial aber ich habe ich habe die befürchtung dass es wirklich unter unter seinem ja ja potenzial auch wenn ich mich jetzt mit dem wort wiederhole irgendwie nicht abliefert da hätte man wesentlich mehr draus machen können den größten problem finde ich hier beim level aufbauen ne wenn denn sollten sie das dass das fecht system irgendwie so in die tiefe ausbauen dass das dementsprechend auch besser ist ähm und dafür die level grad liegender machen ne so eine art deluxe brawler irgendwie mit coolen schwertkämpfen würde ich abfeiern aber keine ahnung ich komme hier auch nicht weiter deswegen würde ich sagen äh beende ich dieses video hier auch mal bevor ich hier wieder von vorne starte nicht ganz so schlecht wie sein ruf hat so vom ersteindruck ne ganz groben ersteindruck etwas probleme vielleicht wird es nachher besser keine komplett niete würde ich fast behaupten aber habt ihr das spiel schon mal gespielt wenn ja haut es meine kommentare rein was ihr davon haltet ansonsten wie gesagt würde ich mich freuen wenn ihr mal meinen affiliate link zu retro plays benutzt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag egal was ihr noch vor habt machts gut ihr lieben Tschöö